Raus aus der Schule und rein ins Berufsleben. Ihr sucht einen Ausbildungsplatz? Dann schaut am besten gleich bei uns vorbei. Als Personaldienstleistungskaufmann oder Kauffrau geht's bei uns steil nach oben auf der Karriereleiter. Wenn ihr kontaktfreudig seid, gerne mit Menschen arbeitet und im Team total aufblüht, könnt ihr bei uns voll durchstarten. Bei uns lernst du mehr als nur einen Job. Wir machen dich fit für den Arbeitsalltag. Welcher Bewerber passt zu welchem Job? Wie führt man ein Personalgespräch? Bei uns ist das nicht nur graue Berufsschulteorie. Dass wir ausbilden, ist für uns selbstverständlich. Es ist ganz egal, ob es der Personaldienstleistungskaufmann ist oder der Bachelor of Arts mit der Hochschule Lörrach. Bei uns kommen die Auszubildenden sofort in den operativen Prozess. Und sie sind zum Beispiel auch dafür verantwortlich, die neuen Auszubildenden für das neue Ausbildungsjahr zu finden. Das ist sozusagen das Gesellenstück, was sie abliefern. Einer für alle und alle für einen. Bei uns bist du sofort mittendrin. Bewerber und Kundenbetreuung werden bei uns zu deinem wichtigsten Steckenpferd. Einsteigen und durchstarten. Wir freuen uns auf dich und deine kreativen Ideen. Hier haben auch Azubis etwas zu melden. Von wegen nur Kaffee kochen. Hier kannst du dich in Projekten voll mit einbringen. Auch deine Meinung zählt. Neugierig geworden? Dann bewirb dich am besten gleich. Heute empfangen wir dich und schon bald kümmerst du dich selbst um Besetzungsprozesse und Vorstellungsgespräche. Den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich brauche diesen täglichen Kontakt zu den Menschen. Den habe ich hier mit den Unternehmen als auch mit den Bewerbern. Also wenn ihr eigenverantwortlich in euer Berufsleben starten wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Learning by Doing ist bei uns nicht nur eine Floskel. Denn Verantwortung gibt es hier von Anfang an. In allen Bereichen. Wer Mitarbeiter führen will, braucht als Basis erstmal eine ordentliche Mitarbeiterakte. Wenn du zuverlässig und selbstständig arbeiten kannst, bist du bei uns genau richtig. Wir bieten dir Verantwortung, tolle Kollegen und einen Job mit Zukunft. Starte bei uns deine Traumkarriere und hilf anderen, ihren Traumjob zu finden. Wenn du keinen Bock hast auf eine Konzernkarriere, dann bist du bei uns genau richtig. Hier kannst du die Zukunft mitgestalten. Klingt gut, oder? Hier nochmal alle Infos auf einen Blick. Ob Ausbildung oder Studiengang, bei der ersten Reserve könnt ihr voll durchstarten. www.erste-reserve.de Wir freuen uns auf euch.